Küche, Wohnzimmer, aber, ne, doch nicht vom Wohnzimmer kommen wir da nicht rüber, von da, ah, hier rüber, das Baden auch, okay, ich habe mir gedacht, das wäre die Tür zum Wohnzimmer von dem anderen, ja, dann haben wir hier was gefunden. Jetzt nochmal, es ist damaged, schauen wir vielleicht die Gifte hier aus, wenn wir uns da mit Brumme verbunden haben. Charcoal Taps, was können wir weniger brauchen? Die Mütze da, Stop of Types of Pulsion Venues, Part of Standard Treatment, das nehmen wir mal Lockpick, das könnte man vielleicht mal brauchen, das ist Camlight, das lassen wir da, nehmen wir da vier, ah, jetzt nehmen wir einfach mal einen Apfel. Ach, von der Bandage, die kann man öfters verwenden. Da ist nichts mehr, und hier auch nicht. Schauen wir mal in den nächsten Stück hinauf. Ich habe auch keine Ahnung, wo hier diese ganzen Loot-Sachen sind. Aber, macht nichts, wir haben ja Zeit, wir können uns hier alle das in Ruhe anschauen. Bei Body Feels Sweat, allerdings hat es auch gehört zum Regnen. Ich hätte halt gerne noch irgendwie eine Waffe, also was zum Schießen. Aber, da finde ich gerade nichts, schade. Da sehe ich nichts hier in der Toilette, äh, raus. Hier rein, da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Lass mich durch, hier ist auch nichts. Ist jetzt ein Schrank. Ne, da ist das Baut dahinter. Ah, da haben wir eben noch was. Nehmen wir die neuen. Neu ist bitter, äh, weder denn auch alt. Leider hochsteigen. So, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas sehen. Da unten ist der Parkplatz. Hm, wie machen wir das jetzt? Jetzt einfach mal hier durch und schaue einfach mal hier überall rein, ob da noch irgendwas findet. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie mal hier die andere Perspektive kommt. Ah, da können wir jetzt nicht sprechen, glaube ich. Ne. Hm, hm. Egal. Irgendwann finde ich den schon raus. Gehen wir einfach in das nächste Gebäude rein und hoffen mal, dass wir da ein bisschen mehr finden. Und es donnert. Also den Server, den ich eigentlich ausgewählt habe, hat es heißen High Loot. Aber davon merke ich nicht richtig viel. Wenn wir da irgendwie auf den Balkon schauen. Vielleicht liegt da irgendwas. Hier schaut es auf jeden Fall leer aus. So, im nächsten Räumchen. Das ist auch nix. Gehen wir mal da noch schnell rein. Auch da ist nix. Da habe ich die ganzen Häuser hier wirklich alle so toll ausgestattet sind. Wenn ich da hier auch nix finde, dann schaue ich mal weiter. So, woanders hin. Spiele haben wir bis jetzt auch noch keine gesehen, haben wir ein paar Zombies gehabt. Aber das war es dann schon. Ja, bei Bolli viel Sweat. Schön für dich. Jetzt haben wir schon im obersten Stock weg. Da ist nix mehr. Da ist jetzt auch nix mehr. Gehen wir runter. Da wird schon nix mehr sein. Schauen wir mal hier noch durch. Die kleinen Gebäude. Da war die Tür schon offen. Hier. Schaut schon besser aus wie da in dem anderen. Aber ich habe die Axt. Da ist auch nix drin. Ach, der Tür geht von vorne auf. Auch interessant. Oh, Supermarkt. Kaufen wir doch mal ein. Ist jetzt die Scheibe kaputt, aber ich kann nicht da durchsteigen. Haut genauso viel wie mein roter Rucksack. Außer dass man hier nur kandierte, konservierte, also in Dosen, Sardinen in Dosen haben. Da ist nix. Schauen wir mal hinten ins Lager nochmal. Ob da noch was ist. Nö, im Lager ist auch nix. Da hinten. Da hinten ist auch nix. Da hinten ist auch nix. Schauen wir mal in die Autos hier rein. Neue Millimeter Schüsse haben wir. Es fehlt immer noch das Gewehr. Black Shirt, Tracksuit, Jacket, Piclock und Spaghetti. Na, für die Matto geht gar nix. Es ist zu gesperrt anscheinend. Ach, das ist schönes Haus. Schauen wir mal weiter. Da rüber können wir mal schauen. Ist alles noch mal interessant, was das hier ist. Eine Sporthalle. Und hopp. Ne. Das ist eine Schule. Schaut so aus. So ähnlich hat das mal bei mir auch in der Schule ausgeschaut. So mit den ganzen Kleiderhaken draußen auf dem Flur. Die Tafel schaut auch recht ähnlich aus. Das Möbel ja. Das hat ein bisschen anders ausgeschaut bei mir. Der Leck ist immer noch painful. Der Pausenraum. Da gibt es nichts zu messen. Das ist ein bisschen komisch. Habt ihr es jetzt richtig gesehen? Man kommt jetzt eigentlich nur über die Dauer der Tür. Das wird der Haupteingang für die ganze Schule sein. Entweder kommen wir hinten bei der Turnhalle rein. Ah, hier ist noch ein Eingang. Das ist der Haupteingang. Okay. Das hätte man jetzt schon gewundert, dass man durch die Tür da reinkommt. An die Toiletten kommt man nicht. So, da wäre ein Notausgang, wenn er will. Ja, dann machen wir hier jetzt mal wieder zu. Die Tür offen lassen. Oh, da war schon mal drinnen. Das ist das hier. Seiteneingang. Von dem kleinen Seiteneingang. So. Oh. Das ist ein bisschen verpackt. Gucken wir dann hier rein. Dann hier rauf ins Obergeschoss. Was haben wir dann hier? Nochmal Klassenzimmer. Okay. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Servus und für gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.